Kauft auf keinen Fall den Entensalon und den Hummerpool, denn wir haben hier heute eine weitere Farm, die Tipps haben möchte, wie man besser in Hayday spielt. Nämlich die Anni, sie schreibt, hallo, also ich spiele schon sehr lange, habe öfter mal Pausen gehabt, aber habe wenig Geld, weil ich gerade sehr viel ausgegeben habe. Zum Beispiel, siehst du keinen Automat, Entensalon, Souvenirladen, ich sammle jetzt wieder Geld. Das ist ja erstmal gut. Was kann ich noch verbessern, um besser Geld XP zu bekommen? Wie kann ich schneller mein Land erweitern? Was kann ich generell noch verbessern? Dankeschön. Wir gucken uns heute Annis Gameplay an und geben ihr Tipps, was sie besser machen kann. Sie hat da schon geschrieben, sie hat Entensalon, Süßigkeitenautomaten und Souvenirladen gekauft. Und wir sehen jetzt auch gerade hier schon, sie hat 7000 Münzen, 13 Diamanten, sie hat gerade den Süßigkeitenautomaten freigeschaltet. Und wir sehen jetzt auch hier, sie hat relativ wenig Deko, ist nicht schlimm, muss man ja auch nicht haben. Ein sehr strukturiertes Design, was ich schon gut finde, aber was mir direkt wieder auffällt, ist halt ihre Busch-Baum-Koordination. Also sie hat halt viele Kakaobäume, ja, aber du bräuchtest halt noch ein paar mehr Brombeerbüsche, weil die werden dich definitiv carryen. Die werden dir Geld bringen und XP, also das Kombination einfach nur mega. Darunter hat sie noch nichts erweitert, ist auch nicht schlimm. Mehr Land erweitern, Weizenfarm ist immer eine gute Sache. Eine zweite Farm, die Landerweiterung auch kaufen kann, hilft dir dabei, mehr Produkte, auch Erweiterungen gleichzeitig zu bekommen und deine Hauptfarm zu verbessern. Deswegen würde ich dir erstmal empfehlen, noch eine zweite Farm anzulegen, die deine ersten Farm hilft mit Produkten, mit Erweiterungen. Und auch nur durchs Shoppen oder auch doppeltes Weizenfarm kriegst du halt sehr, sehr viel wieder zusammen. Ja, man sieht hier auch, Brombeerbüsche viel mehr am Bauen. Ich finde aber gut, dass du nur zwei Schmelzöfen hast. Wir sind ja nicht nur am Meckern, finde ich sehr gut, dass du erstmal nur zwei hast. Behalte auch erstmal nur zwei, ist eine sehr gute Sache. Silo relativ klein mit 525, aber das geht. Scheune 500 auch relativ klein. Da würde dir eine zweite Farm auf jeden Fall sehr helfen. Wir gucken uns mal kurz an, was sie in der Scheune hat. Wir sehen hier Bolzen, Klebeband, ganz weit oben, Holzhämmer auch, Lantokun. Jetzt sind Markierungsfehle leider ein bisschen wenig. Deswegen, wenn du jetzt so aufgestellt bist, du kannst ruhig mal 10 Holzhämmer und 10 Lantokun verkaufen. Man muss nicht immer alles sammeln, das geht auch nicht. Gerade mit einer kleinen Scheune ist es halt wichtig, die Scheune richtig gut sortiert zu haben. Habe ich auch schon mehrere Videos zugemacht, ich verlinke mal eins jetzt hier oben. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Und deswegen ist es auch gerade da wichtig, dass man nicht alles sammelt und dann auch das verkauft, wovon man gerade zu viel hat, weil man sowieso nicht mit dem, was man zu wenig hat, nachkommt. In dem Fall jetzt hier Holzhämmer, Lantokun, 10 verkaufen, weil Markierungsfehle hast du halt noch nicht so viele. Holzschündel eventuell das gleiche. Bolzenklierband, also bei Scheunenerweiterungen bin ich da ein bisschen messiger unterwegs, kann man so sagen, weil da macht es halt schon Sinn, das zu sammeln, weil man halt auch einen Mehrwert davon kriegt von den Scheunenerweiterungen. Aber das ist so die einzige Ausnahme, Scheunenerweiterungen, ansonsten kann man das auf alles anwenden. Man sieht hier auch 7 Markierungsfehle, könntest du locker 10 von jedem verkaufen erstmal und dann hättest du da schon alleine dadurch ein bisschen mehr Platz. Ja, Statterweiterungen, Einzelprodukte ist natürlich das gleiche. Und ja, das sind sehr wenig Endprodukte tatsächlich. Ich weiß nicht genau, woran das jetzt gerade liegt, aber das kriegen wir bestimmt raus. Also Maschinen immer vollhalten, versuchen immer in jeder Maschine irgendwas zu produzieren. Auch wenn du es schon tausendmal hast, im Endeffekt kannst du es halt immer noch verkaufen. Deswegen ganz wichtig da zu produzieren. Blumenladen könnten noch ein paar mehr Plätze rein, so zwei ungefähr. Süßigkeitenautomat reicht erstmal so, könntest aber noch ein, zwei irgendwann mal machen. Webstuhl auch ein bisschen wenig. Ja, du produzierst halt nicht überall, ne? Das ist halt schade. Ja, überall nur zwei Plätze. Ich weiß nicht genau, was du mit den Diamanten gemacht hast, aber du hast die nicht für Produktionsplätze ausgegeben. Also klar schon, aber jetzt nicht alle. Ja, also brauchst du bei Plätzen in der Bäckerei, Zuckermühle, Molkerei auf jeden Fall. Die müssen voll sein. Und danach kannst du dann anfangen mit Grillen, Kuchenofen, Tortenofen, Saftpresse vielleicht noch ein bisschen. Die bei dir jetzt auch nicht so gerade gut ausgebaut waren. Ja, ist leider ein bisschen schade hier. Also hier sind sehr, sehr viele Baustellen auf der Farm. Also man kriegt's hin. Ist jetzt nicht so, dass man das nicht hinkriegt, aber es ist halt echt, ähm, ja, schwieriger. Ja, und hier sehen wir das, was ich am Anfang des Videos gesagt habe. Hummerpool und Entensalon. Also Leute, spielt nicht auf Hummerpool und Entensalon, weil das funktioniert nie gut. Spielt entweder auf Hummer oder auf Enten, weil mit Enten könnt ihr halt Kissen und Decken machen. Ihr könnt auch Zylinder und Sonnenhut machen, aber am besten halt Kissen und sobald ihr halt Decken habt, dann hat Decken. Und wenn ihr auf Hummer spielt, könnt ihr ja viele verschiedene machen. Hummer Spieß, Hummer Sushi, vielleicht auch Pizza Frutti, die Scheiße und, und, und. Da gibt's halt viele Möglichkeiten, weil Hummer sind mehr für XP, Enten sind mehr für Geld. Das kann man sich eigentlich so grob merken. Ist natürlich jetzt nicht eine feste Regel, aber es ist schon so, dass die Hummer-Produkte mehr XP geben als die Federn-Produkte. Deswegen, wenn ihr auf XP spielen wollt, macht Hummer. Wenn ihr auf Geld spielen wollt, macht Federn. Aber macht nicht beides. Das geht nicht gut, weil ihr seid einfach voll in der Seilerei. Ihr kommt damit nicht hinterher mit den ganzen Sachen, weil es dauert halt lange. Hummer dauert halt sechs Stunden. Die Hummer-Falle an sich dauert auch, weiß ich jetzt gerade nicht, ein bis zwei Stunden. Die Enten-Falle dauert eine Stunde. Die Ente an sich dauert eine Stunde. Das, alles zusammen würde einfach den Rahmen komplett sprengen. Deswegen, entweder Hummer oder Enten. Wenn ihr eine gute, vorangehende Produktion haben wollt. Das ist halt eine wichtige Sache hier noch zu wissen, die man dann umsetzen sollte. Ja, Landarbeiter wäre natürlich im Mangelbereich auch noch ganz wichtig. Deswegen, zweite Farm, unbedingt farmen jetzt. Es ist erstmal relativ egal, ob du jetzt Level-up wirst, ob du jetzt eine Million verdienst. Es ist erstmal wichtig jetzt, dass du deine Scheune erweiterst, dass du dein Land erweiterst. Deswegen, zweite Farm, Weizen-Farm ohne Ende. Und versuchen im Shop so viel wie möglich dann auch noch zu kaufen, was Erweiterung angeht. Und dann halt nebenbei mit Brombeerbüsch und Kakaobäumen und Weizen-Farm halt an sich, machst du dann halt genug Geld, um das halt umzusetzen. Ja, eine Stadt hier. Die Stadt brauchen wir hier heute nicht so drauf einzugehen. Das machen wir noch in einem weiteren Video. Aber ich denke mal, das ist schon hier so eine Sache, die dir sehr, sehr viel helfen wird. Und ja, das so zu Anni. Also da hast du echt einige Baustellen, muss ich sagen. Aber man kriegt's hin. Es ist eine gute Farm, eine gute, solide Farm. Hast du halt mit deinen Diamanten nicht richtig hantiert. Und vielleicht hier und da ein, zwei Fehler gemacht. Aber das kriegt man hin. Das ist easy. Also wenn du das jetzt so umstellst, Hummer-Enten umstellen, in dem Gebäude produzieren, Weizen-Farm, Büsche, Bäume richtig ordentlich machen. Und dann die Diamanten, die du dann noch bekommst, richtig einsetzen. Eine zweite Farm an sich. Dann bist du auf einem guten Weg, das hinzukriegen. Ja, habt ihr noch Tipps für Anni? Dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Wenn ihr auch bewertet werden wollt, in der Videobeschreibung ist ein Formular, wo ihr einfach draufklicken könnt. Macht ein Video, so, weiß nicht, 1 bis 5 Minuten, wie ihr wollt. Schreibt einen kleinen Text und dann seid ihr vielleicht im nächsten Part dabei. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da, Daumen nach oben. Denkt an den Creator-Code. Haut rein. Tschaui.